Hallo und herzlich willkommen Leute zu Counter-Strike Source auf den Such-mich-Servern. Und Jan ist auch dabei. Ja, hi. Ja, hi. Äh, los, wir haben die Aufnahme aufgenommen. Ich will auch ruhig Hallo sagen. Okay, kein Wort. Warum sagt niemand was? Okay, zurück. Alter, okay. Demer finde ich scheiße. Falls, äh, falls ihr nicht wisst, äh, was, äh, was in den Such-mich-Servern gemacht wird, äh, die Terroristen verwandeln sich zufällig in irgendwelche Objekte und müssen sich dann verstecken. Und die, äh, Antiterrors? Der Terror auf der Flucht. Er ist verletzt. Ich hab dich. Ich hab dich. Okay. Ihr habt ja gesehen, äh, sobald man die Hand schießt, ist es auch so ein Bug. Verwandelt die sich zurück. Lass mal alles anschießen, Gerdan. Wer weiß, wer sind hier diese Objekte? Hm. Du stirbst gleich, Junge. Ich pass schon auf. Achso, und der Nachteil beim Schießen ist, die CTs verlieren... AP. Okay. Ähm. Ich hab das Gefühl, irgendwo ist einer. Okay. Ja, Freundschaftsantragung bekomm ich auch schon. Haha. Wo seid denn ihr alle? Wo seid denn ihr alle? Zu viele CTs. Zwei gegen vier ist noch okay. Hm. Ah, der ist nicht los, was ich jetzt. Haha. So, ich hab auch ne scheiß Waffe. Dann nehm ich mir direkt ne neuer. Äh... So, weil's jetzt so schwarz ist, wundert euch nicht, weil das ist... Die CTs dürfen ein paar Sekunden lang nicht sehen. Bis sie sich versteckt haben. Ja. In der Zeit dürfen die Terroristen sich verstecken. Ich hab bisher noch nie meine Granate benutzt. Schlaf mal jetzt mit der Granate. Weißt du, was mir auch auffällt? Weißt du, was mir auch auffällt? Was? Dass wir das erste Mal mit anderen Leuten zocken. Ist doch okay. Ist doch geil. Oh. Beim Duschlaufen geht die Tür einfach zu. Komm eine. Komm, komm wieder zurück. Zurück. Ich bin der. Zurück. Nee, ich werde gehen. Hello everybody, the cash is back. Der spielst du nicht mehr. Genau. Du hast jetzt auch den Kisten, auch den Container und jetzt gehst du wieder rein. Der spielst du hier rum. Wow, okay, wo bist du? Okay, komm zurück. Aber ich zeig das nur dir. Dafür tötest du mich auch nicht, oder? Ja, okay. Du hast hier nicht viele. Komm zurück. Komm auf den Container. Auf den Blauen hinter dir. Ja, komm runter, runter zu den Kisten. Guck auf die erste Kiste. Achtung, guck auf, nein nicht schießen. Achtung, guck jetzt auf die rechts, die große rechts. Okay. Okay, das war nicht ganz schön. Gut, ich geb dir ein bisschen Zeit. Um dich nochmal zu... Ich geb dir nochmal Zeit, um dich zu verstecken. Damit's fair ist. Es sind nur noch 15 Sekunden, gell? Okay. 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 Und laden. Naja. Falls ihr auch in diesen Server reingehen wollt, das war der einzige, den wir gefunden haben. Wir verlinken euch die IP-Adresse noch unter dem Video. Darf man sowas? Einfach so? Ich glaub schon. Okay. Okay. Achso, es soll auch gewarnt sein, dass ihr nicht unser Server ist. Okay, okay. Komm zurück! Was ist los? Holger die App oder wie? Ja. Was ist das? Wie liegt einfach so eine Granate auf dem Boden. Die ist einfach so eine Granate auf dem Boden, das ist so ein... äh, Terrorist. Ja. Terrorist. Komm da her! Was haupt ihr ab? Da ist ein Sessel! Ein flüchtender Sessel! Ich hab ihn verloren! Ich hab ihn! Dann kill ihn! Toll, ich hab dich auch verloren! Ja nix! Freaky fick mich mal ins Team hinzu! Okay gleich! Ach Junge! Hab dich! Ist das ein Engel? Ja! Okay, warum ist bei mir nicht schwarz? Egal! Egal! Egal, ich guck auf die Wand! Kannst du dich bewegen? Kannst du dich bewegen? Nein! Nein! Ja, das ist manchmal so ein Bug! Egal, ich guck nicht! Ich hab ein Loch! Ich guck ihn hin! Alter! Wo soll ich hin? Komm zu mir! Ja! Warte! Ja! Mikrowelle! Ich guck den Tipp! Wieso Tipp? Ich hab ihn gerade umgebracht! Nicht du! Ich? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Slot? Loll! Achso! 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 Loll! Achso! Loll! Loll! So, damit es immer nicht so gemein ist, schalte ich mal die Cam, also die Karte aus! guck dir zu haha ok ok ich lege ich habe eine latenz von über 300 wegen meinem bruder bestimmt wieder schieß auf schieß auf ich treff den nicht spring runter genau verdammt ich habe ihn auf ich habe ihn auf ich habe ihn auf Terroristen, gehen wir innen. Verdammt. Okay, dann mal los. Buchs. Geschrei. Das Spiel ist geil. Lass mal nach der Runde, wenn ihr wart, um RTV machen. Computer, haut doch ab, ey. Die geben gute Tipps, weißt du das? Auf jeden Computer abzuschießen. Da ist einer, draußen. Wie schnell bist denn du weggewerlaufen? Wie schnell bist denn du weggewerlaufen? Da ist einer dieser Dingskisten hier, dieser... Scheiße, hab ihn verloren. Das war so ein silbernes Objekt. Irgend so ein Teller oder irgendein komisches Ding. Ich bin auch kein Teller. Sorry. Hey. Weiß jemand, wie die Map heißt, wo... Auf dem Schiff da, wo alle auf dem Schiff sind? Nee, kenn ich nicht. Schabtisch, schabtisch. So ein Dingsschränk ist auf der Flucht, gell? Nur so. So ein was Schrank? Diese Metallschränke da. Aktionsschränk? Aktionsschränk. Ich hab keine Ahnung, wie die Dinge heißen, aber... Ich hab keine Ahnung, wie die Dinge heißen, aber... Ich hab doch einfach eine Granate. Bei mir. Null. Wir sollten noch nicht vergessen, dass CSS... ...gand beliebt sind. Hallo Neu! Welchen wir vor dir haben? Welchen wir vor dir haben? Noch zwei Ok, dann mal los! Komm, komm, komm! Komm, komm, komm! Komm, komm, komm! Ja, jetzt kommt das Mapwechsel. Yay! Ich habe nicht die Zeit eingehalten, wie lange wir gerade aufnehmen. Ich glaube, jetzt sind es ungefähr 30 Minuten. So, vieles sind nur noch wieder nicht hin. Bestimmt so 20 oder so. Oder keine 30. Ja, was ist der Unterschied zwischen 10 und 20 und 30? Das eine ist eine 2, das andere ist eine 3. Da sind 10 Minuten Unterschied. Was ist 10 Minuten? Das ist 10-fache einer Minute. Was ist eine Minute 60 Sekunden? So, GCD. Unentschieden. Ok, dann mal los! Hier, Brun hat schon angefangen. Du kommst immer noch... Du bist schon da. Diese Web kenne ich gar nicht. Diese Web kenne ich gar nicht. Ich sehe auch nur schwarz. Ich wollte eine andere. Ich sehe nicht mal was. Was machst du? Ich wechsel die ganze Zeit die Waffen. Dann kann ich rüber springen. Boah, hast du mir hier etwas zu finden, Nelle. Ja sicher! Wie viele Objekte es hier gibt. Wie viele Objekte es hier gibt. Geh weg, geh weg. Warte, lass mich mal ein bisschen rum springen. Dann springen! Springen! Achso, sorry, das warst du. Achso, sorry, das warst du. Achso, sorry, das warst du. Oh mein Gott. Ich dachte du, äh, 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 spielst du mit, äh... Kande, Kande. Dachte ich eben gerade auch hoch, haha. Oh, ich wollte hier runterspringen. Ich wäre beinah tot. So viele Objekte, ach du Scheiße. Die Map ist für diesen selber ganz gut gemacht. Wie soll ich mit unter Wasser was sehen, ey? ... ... ... ... ... ... ... Add it home. Tisch auf der Flucht, Tisch auf der Flucht Hinter dir Danke Man hört voll, wie du so nassst, kaputt machte Bitteschön Pass auf, du ziehst dich auch lehnen Dich auch schon umgucken, weißt du das? Ich weiß Alles klar Los, los, los Oh, hier gehts gar nicht lang Man sieht ja bestimmt gar nichts Irgendwas ist auf der Flucht, ich weiß aber nicht was Ich hab auch schon zu viel geschossen Bleib stehen Habtisch Mich nicht abknallen, ich bin Busch Warum sagst du das jetzt? Okay, so krass Ich hab da in den Gang gegangen Ab da weiß ich nicht mehr Wow Hallo Wie viel Granat in der Linke? Es lohnt sich da eine Granat freien zu erfen Knopfstier Hallo 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 Guck mal rechts und Tante neben dir Hahahaha 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 Ich guck mir so um, das ist ein richtig guter Objekt, was ich hier habe. Ich sag aber nicht, wo die sind. Da ist nichts. Ja, wow. Ja, wow, hier sind viel zu viele Objekte. Oh mein Gott, das ist zu viel. Ach, diese kleinen Kindchen. Mach mir nach dieser Runde RTV. Mach mir nach dieser Runde RTV. Okay, niemand sagt was. Das macht nämlich auch keinen Spaß, wenn man zu lange auf der Map ist, gell? Ja. Autsch. Oh. 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 Ja, am Wasser, ja? Ja. Alter, da sind zu viele Objekte auf dieser Map. Die Map ist doch verdammt groß. Was hat er gesagt? Was hat er denn hier? Nu kommt, nu kommt! Die Idee! Oh, ich darf verarschen mich nicht! Terroristen, gewinnen! Too easy, mein Freund! Okay, los geht's! Mach mal bitte RTV, die ist extrem groß und zu viele Objekte sind da. Zu wenig Terroristen dafür. Ich mach schon mal RTV. Achso, das hab ich nicht im Mikro gesagt. Doch, hast du. Es sind 4 von 5 jetzt. Nein, aber hab ich nicht eben gerade im Mikro geredet, also im Spiel? Nein, eben gerade nicht. Mach mal RTV, damit wir... Mach mal RTV, damit wir... Mach mal RTV, damit wir... Zu großen, zu viel Objekte sind da. Du hältst jetzt deine Schnauze! Echt ey! Für diese Map sollten schon mehrere Antis und Terroristen da sein. Für diese Map sollten schon mehrere Antis und Terroristen da sein. ... ... Voll im Satz unterbrochen, Alter. Umso besser, Alter, für den. Er sagt die ganze Zeit easy, easy. Hm, das ist doch ein Kind, das ist aber glaube ich kein Deutscher. Das ist wahrscheinlich ein Deutscher mit ziemlich schlechten Englischkenntnissen. Unentschieden! Kann sein. Auf diesen Map bin ich mal gespannt, auf diesen Map bin ich mal gespannt. Ich seh immer noch schwarz. Kannst doch irgendwie drehen, weißt du was? Man kann sich drehen, ich weiß. Man kann sich drehen, ich weiß. Wow! Naja, zumindest ist es nicht klapp. Okay. Okay. Noo, das ist so easy. Okay. Okay. Das ist hier nicht irgendwo ein Kofferprober gegangen? ein offener koffer ja gefunden ich hab kurz weggeguckt die hellabwehr hast du? easy voll am verarschen ghe beim laufen guck auf dem boden hinter dir ghe ich weiß der versucht mich zu verarschen ich hab doch den kleinen jungen gerade eben gekillt ich muss lernen weniger zu schicken ich muss lernen weniger zu schicken jaja terroristen gewinnen ok los geht's ha 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 noch wo kommt ha 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 noch wo kommt ha ha nein ich hab dings gemacht ich wollte ja in das steam menü da muss ich ja jetzt auch shift drücken ach so da war ja beim da war ja auswärts erwischt erwischt ja das ist geil mit Leuten zu spielen das ist geil mit Leuten zu spielen ha 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 bau alter das sind einfach viel zu viele objekte Ah, okay, schon wieder wechseln Die Leute wollen es anscheinend nicht Naja Baltica ist jetzt Auch dabei Ist das schon drin, will ich? Nein, ich bin noch nicht drin Jetzt bin ich drin Das war glaube ich auch der, der uns Bestätigung gegeben hat, dass er kommt, gell? Ja Wow, ich hab die Fallschwaffe genommen Ich hab keine Ahnung, welche Waffe genommen Wir sind 3 gegen 4 Wo ist Baltica hin? Nein, Zuschauer Ich glaube, das ist jetzt noch Nein, ich bin Ich gehe zu 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 Kampfkohle, nur so. Keine Ahnung. Achso. Kone 사용. Kone功夫. 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 Ich find keinen mehr Und noch einer ist die Skillpick Ja! Geschafft! Okay, dann mal los! So, das ist jetzt aus der Terroristen Perspektive Und ich sag lieber nicht, was ich bin Lala Weil Feinde in diesem Netzwerk, in diesem Ding sind in diesem, wie heißt das? In dieser Unthaltung sind Lulululululul So Das wird jetzt auch, ich darf mich kaum bewegen Gibt es Leichen als auswählbare? So Goddammit, da ist jemand Scheiß Schalke 04 Das, was er gerade gesagt hat, das haben wir zensiert, deswegen, weil es als Werbung zählt Das zählt nicht als Werbung, das zählt einfach nur als Beleidigung Beleidigung, okay, auch Ich hab einen verdammten Automaten gesehen Ich hab einen verdammten Automaten gesehen Ich hab die Schnauze Ich hab die Schnauze Was kassiert, ne? Wieso kassiert? Du musst nach einem Monitor suchen Seid doch ruhig, Mann Seid doch ruhig, Mann Wer sagt, dass du das bist? Ich mein nur damit, dass du überhaupt nicht verraten solltest Ich mein nur damit, dass du überhaupt nicht verraten solltest Vielleicht hab ich dich angelobt Terroristen gewinnen Sichern und laden Doch gestorben, Mann Ich glaube, wenn noch einmal die Runde gewechselt wird, hören wir lieber auf, weil sonst wird's viel zu lang Ja. Toll. Okay. Toll. Okay. 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 It's not affected, though. Hey, home. Okay. 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 Komm her! Ich wusste. Warum redet keiner mehr ein? So hart und lang, wie mein Dick. Ein Glutostum. Aber da noch hab ich geholfen die alle. Ich bin tot. Leute, der war hinter mir, Alter. Terroristen gewinnen. Eine Runde geht nicht mehr. Okay, los geht's. Ja, okay. Der letzte Runde habe ich jetzt. Ja. Weil ich hab Hunger. Du hast Hunger. Natürlich. Das ist der einzige Grund, deine Aufnahme zu beenden. Auch meine. Eine habe ich gesagt, du Glaube. Luftflug. Ich habe mich zuазывaten. Aber das ist lleg運. Ich bin wieder zuhause. Ich habe mich nicht zuhause. Ich habe mich nur über die Aufnahme anbringen, Ja. Ich habe mich nicht. Wurde es zugebracht? Nein. Wenn du eine wichtige Sache noch hast, ich vergessen habe jetzt zu sagen. Was bedeutet, dass seine Aufnahme höchstwahrscheinlich eine Woche verspätet kommen kann? Vielleicht sogar länger. Übertreibt man nicht alle. Das längste ist doch schon eine Woche. Hä? Das längste ist doch schon eine Woche. Was ist eine Woche? Die längste Zeit, man. Die du brauchst um den Netzplatz hochzuladen. Ich sage nichts. Du kannst auch nicht sagen. Hast du das zensiert? Ja. Okay, los geht's. Okay, gut. Schwarzer Bildschirm. Aufhören oder? Ja, aufhören. Ja. Ja, okay. Also, ich geh aus der Lobby raus. Okay. Ich renne mit dem Baum irgendwo links rum. Gut. Also, ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Und ich bedanke mich auch an allen Spielern, die dabei waren. Und ja, wenn ihr mitmachen wollt, dann sagt einfach nur, welche Spiele ihr mitmachen könntet und wir gucken dann, ob wir es jetzt playen oder nicht. Genau. Also, ihr könnt es ruhig in den YouTube-Kommentaren, auf Facebook und auf Twitter sagen. Jederzeit. Und... Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Mh, Baumhaus auf der Flucht. Okay, und damit beende ich die Aufnahme.